und folge ttc hier auf meinem kanal heute mit dem niklas mit dem marvin guten tag mit dem las 19 und last but not least mit dem alex hallo was kann nicht lesen heißt das ganze leben ich weiß dass die branche theorie wer fragt der geschossenheit ist ich komme zu dir ich habe eine gute waffe ich habe eine l85 was hast du denn gesagt ich bin auch ich bin der feierfeiler ich muss löschen wo kann ich helfen ich habe las ich habe las wie Hallo? Wer ist denn der Letzte von euch? Der Letzte von euch ist der Letzte von euch ist der Letzte von euch. Der Letzte von euch ist der Letzte von euch ist der Letzte von euch. Der Letzte von euch ist der Letzte von euch ist der Letzte von euch. Der Letzte von euch ist der Letzte von euch ist der Letzte von euch. Ich bin proven. Wer war das? Marvin, ich hab den dabei get... Ich werde abgeschossen, Max. Alex ist es, Alex der Zweite. Wo? Der ist unten, auf der Link, wenn du von oben runterkauf links. Alex der Zweite. Der hat so einen langen Namen, ey. Ich sehe den trotzdem nicht. Ich sehe den jetzt umsichtbar. Nein, nein. Das wollte ich nicht machen. Oh. Ich glaub, hier an der Wand. Hier. Vor mir. Max. Der hat mit dem Launcher. Hat er nicht geschossen. Hat er nicht geschossen. Ich hab... Ich hab ihn toten, irgendwie. Nein. Auf der anderen Seite ist Haus jetzt. Er kommt hinter dir, Max. Er kommt hinter dir. Oh, da ist Niklas. Fuck, ich hab Niklas abgeschossen. Oh, ich hab mich nicht geschossen. Wo ist er denn, ey? Der playt uns gerade aus. Der läuft. Er ist badly. Ah, nein. Scheiße. Alter. Alter, was war das denn, man? Ja, wenn Max mich beobachtet, dann lass ich mich beobachten. Loll, ich stand die ganze Zeit neben ihm auf einmal zurück. Zückt ihr den Orbital Strike? Weißt du? So völlig random. Du hast eigentlich mal Minus-Karma bekommen, Max. Ich hab Niklas da hinten gesehen. Ja, weil er zwei Kills geholt hat. Jo, zwei Kills. Ja, Inno. Ich bin schon wieder, Inno. What the fuck? Ich brauch ne Pistil. Ich auch, Junge. Ich hatte gerade ne Diegel, aber hab natürlich null damit getroffen. Kann dir ne Glock legen? Ich hab mit den Rüschel. Eine Galil. Hey? Fuck! Mavi, warum machst du so was? Ich dachte, das macht kein Schaden. Mavi, ich glaube, das macht Schaden. Ich würde aufpassen. Ich bin ja. Danke. Noch eine Pistil. Okay. B2 auch ganz früh. Da schießt was? Kriegt man eigentlich für die Musik ein Strike? Mach da Dinger kaputt. Nein, Quatsch. Ich hab auch noch keinen gehabt. Für eine andere TTT-Folge habe ich ne Verwarnung. Äh, keine Verwarnung bekommen, aber irgendwie so einen Hinweis. Ja, das habe ich auch schon öfters gehabt. Dann wird irgendwie die... Dann kann man einfach Musik entfernen und dann läuft der Haar so wieder. Nee, man kann die einfach sharen. Dann kriegt man ein gemeinsames Einkommen oder so. Bessch ist da so verrückt. Nee, ich mach mal noch Kisten auf. Lass mich Kisten aufmachen. Ich mach gern Kisten aufmachen. So, drei Falscher. Bist du Hertz? Nein. Nein? Ich nicht, ich hab noch 100. Ja, 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 danke. Jungs, wir kommen mal noch mal ins Traitor-Menü. Da ist der D, ich krieg's das. Wohl, wer ist das? Hi Lars. Wieso ist mein Fahnenkreuz rot? Lalalalalas. Naja, was sag ich eh, das hat immer rückwärts. Lass ist es, Lass ist hat ne Welle geschossen. Hamin! Shamin! Wo ist es? Wo denn? Wo denn? Der ist ganz oben linke Seite. Okay, ich geh mal hin. Niklas aimt schon so komisch auf mich. Du brauchst nicht, nämlich... Ja, soll ich nicht gucken, wer der ist? Darf ich den Namen nicht lesen? Äh... Ja, dann ist der Niklas der Letzte, oder? Ja, ihr könnt euch töten, wa? Wo ist er denn? Ich bin Schauf. Jetzt schaut doch. Hier bei euch. Aber ich sag mir, wo er ist. Aber ich weg. Er schmeißt Nate hier hoch, der Penner. Er hat nicht getroffen, er ist unter mir. Irgendwo unter mir ist der. Ich krieg der bestimmt irgendwie nen Friendship Beam oder so ab, ne? Blehart. Nice! Boah, Alter, hab ich den weggerotzt, Junge! Alter, das war echt ein alter Schuss. Das ist ein Headshot, aber sowas von, ey. In mein Herz. Ah! Das war auf jeden Fall schon mal ne hohes Nummer, du. Ich denk, da war ja dein Kopf, Junge. Aber Marvin... Jo. Sorry. Das macht doch nix. Kannst du nix für. Oh, ich hab ne Luca. Ja, da war man zweimal ins Vapehound jetzt. Und ich bin schon wieder inno. Wird's nur noch inno. Das ist so absehbar, diese Scheiße! Äh... Aber egal. Wer will nen Disco haben? Ich. 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 Das ist meine. Aber ich hab ne small. Fuck. Hier liegt ne Disco. Meine. Oh, ich werd angeschossen! Loll. Loll. WTF? Wer hat dich angeschossen? Ist das Lars? Loll. Ich war's nicht. Lass ist es? Ja, ich helf dir. Hab den, glaub ich. WTF? Oh, Lars lebt immer noch. Lars ist tot. Was geht denn ab hier? Loll. Wer war das? Wer war das da oben? Wer war das da oben? Wer war das da oben? Ja. Wer ist der letzte? Äh, Marvin ist der hier. Ist der eine zwerter tot? Alter, wie sehr er. Alter. Nice. Call. Firefighter. Cool. Hehehe. Bist du etwa gleich tot, Niklas? Hast du etwa ein Parasiten gefressen? Ne. Nicht? Neu. Hab ich nicht getroffen? Danke fürs töten übrigens, ne? What? Ey, der hat den nicht ganz lang gefordert. Ja, aber ich hab den Alex abgeschossen. Du hast ne Sniper und stehst direkt neben mir und dann schießt du auf mich. Ich hab dich... Alter. Alter, ich hab dich erst abgeschossen, nachdem ihr mich töten wolltet. Beruhigt ruhig. Wer hat denn den Alex abgeschossen? Nur mal so Interesse halber. Ich nicht. Auch nicht. Ich... Du hast mich gekillt, glaubst du? Ja, ich hab dich gekillt, aber ich hab dich nicht zuerst abgeschossen. Doch, ich hab doch, hab ich Alex mit einem Brain-Farantieb dann abgeschossen. Ich weiß gar nicht. Na, ich weiß gar nicht. Ich... Ja, danke, dass du mir bist auf... Danke, Niklas. Das schießt automatisch und ich... Ja, dann musst du auch nicht auf mich gucken. Danke, Lars. Autsch. Close. Nicht zu werden. Du ich musst nicht reflektieren. oh man hat jemand meinen orbital strike abgekriegt? ich ist Alex gerade geraged quittet? verstehe ich nicht Alex? so und Alex geraged quittet ja warum auf du diesmal du weil ich ihn umgebracht habe war das gerademt? nö sicher? nein, war es nicht das war einfach nur Revanche pass auf, erste runde ja ich werde von einer Sniper abgeschossen, du stehst neben mir mit einer Sniper also schieße ich auf dich, weil ich denke du bist es in der zweiten Runde warst du von einer random kill, weil ich nichts gemacht habe hohohoho ich weiß nicht warum du jetzt so hypersensibel bist weil es mit dir einfach keinen Spaß macht zu zocken du merkst es nicht jedes mal ich drehte ich habe es dir vorher gesagt mit last macht keinen bock, du machst random kills und was machst du, du machst random kills heute? läuft man hier mein Junge, bravo, Applaus sowas Mathe ain't k ich habe es doch angekündigt ich weiß nicht was er will vielleicht war es in alex augen random in meinen augen war es auf jeden fall kein random wenn er vor mir mit einer traiterwaffe herrennt glaube ich dass du bevollmächtig bist das war eine weitere folge ich hoffe ihr hattet spaß bis zum nächsten Mal